Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Miwola News. Vier Sonderausstellungen im Wunderland. Ab sofort können Sie in unseren neuen Flächen die bisher gezeigten Sonderausstellungen des Miniatur Wunderlandes erleben. In unseren neuen Räumlichkeiten steht neben den beiden erfolgreichen Ausstellungen »Die geteilte Stadt« und »Utopia 2009« nun auch die neue Ausstellung »Schweizer Bahnen – Die Geschichte der Rhetischen Bahnen«. Außerdem präsentieren wir Ihnen die ersten fertigen Gebäudemodelle des Flughafens. Wer noch keine Möglichkeit hatte, diese zu besuchen, bekommt jetzt die Gelegenheit. Weitere Informationen finden Sie wie immer bei uns im Internet. Der Übergang für die Fahrzeuge vom Knuffingen-Abschnitt in den Flughafenbereich ist nun fertiggestellt. Axel und Tina haben die Verbindung von der CarSystem Ladestation zum neuen Flughafen Knuffingen hergestellt. Nun können sowohl die Fahrzeuge aus dem Flughafenabschnitt als auch aus Knuffingen dieselbe Ladestation nutzen und im Bedarfsfall sogar im jeweils anderen Abschnitt fahren. Ein kleiner Rekord ist zu vermelden. Unsere Nummer 13, der ABX Hängerzug, hat seit dem Tag der Inbetriebnahme am 20. August 2001 eine Strecke von 10.000 echten Kilometern absolviert. Eine beachtliche Leistung für so ein kleines Fahrzeug, wenn man bedenkt, dass dies ungefähr der Strecke Hamburg-Kuala Lumpur entspricht. Verbraucht wurden in dieser Zeit vier Akkusätze, zehn Getriebe, fünf Motoren, 21 Längsstangen bzw. Schleifer und zwei komplette Reifensätze. Eine beträchtliche Anzahl von 841 Wartungen war dabei notwendig, um Staub zu entfernen oder Getriebe und Achsen zu ölen. Wir freuen uns auf weitere 10.000 Kilometer. Der Bau der verschiedenen Parkhäuser für den Flughafen läuft auf Hochtouren. So wurden die ersten Parkhäuser mittlerweile schon komplett mit tausenden Autos und Figuren bestückt. Hier schmückt Manfred gerade das handgefertigte Parkhaus P2. Ein detailgenauer Nachbau des Originals am Hamburger Flughafen inklusive vieler Figuren. Eine riesige Konstruktion, die über 1000 Fahrzeugen Platz bietet. Den letzten Feinschliff erhalten die Gebäude in der Elektrowerkstatt, wo sie ihre Beleuchtung bekommen. Für die Beleuchtung des Parkhauses P5, ein etwas kleineres Modell für ca. 700 Parkplätze, werden die Steckkontakte montiert und die Kabelführungen im Treppenhaus versteckt eingebaut. Zur Reinigung oder bei Reparaturen des Parkhauses können die einzelnen Ebenen später auseinandergenommen werden. Neben dem Parkhaus werden natürlich auch die einzelnen Fahrzeuge mit Lampen ausgestattet. Effekte wie diese flimmernden Leuchten können später einmal entdeckt und bewundert werden. Kürzlich erfolgte die erste Stellprobe einiger Modelle im Flughafenbereich. Vor allem das größte aller Modelle, das in einer früheren Folge schon vorgestellte Parkhaus P4, war eine echte Herausforderung für alle beteiligten Modellbauer. Kai und Tina, die seit Monaten diese mühsame Detailarbeit errichten, waren bei der Kontrolle natürlich mit dabei. Gleich vier Mann waren notwendig, um das riesige P2-Parkhaus auf seine zukünftige Position zu setzen. Zeit, um die eigene Arbeit auch noch einmal zu bewundern. Den einzelnen Parkhäusern und deren Bau widmen wir uns übrigens in einem späteren Report noch einmal im Detail. Ein weiteres Modell ist diese große Halle, die in Kürze auf dem Flughafen eingesetzt wird. Dahinter verbirgt sich ein Geschäftsfliegerhangar, der von Tina aufwendig gestaltet wird. Hier kann man ihr dabei zusehen, wie sie die nötigen Tore erstellt. Die Vorbereitungen für den Bau des Flughafenterminals haben begonnen. Kai plant schon die ersten Vermessungen für die Flughafenplatte. Ein sehr aufwendiges Projekt. Der schon vor kurzem im Miwula-Report präsentierte Pushback bekommt seine Technik. Sascha ist gerade dabei, die Beleuchtung für diesen kleinen Flugzeigschlepper zu entwerfen. Im Gegensatz zu seinem größeren Bruder ist diese Version des Pushback-Fahrzeuges leider zu klein, um später einmal auf der Anlage zu fahren. Sicherlich wird er aber auch so ein hervorragendes Bild abgeben. Auch die in Gerrits Tagebuch vorgestellten Finger gehen nun in die Massenproduktion. Zehn dieser Fluggastbrücken werden im Dauerbetrieb später einmal an den Parkpositionen im Terminalbereich die Gäste aus den Flugzeugen befördern. Des Weiteren wurden einige aus dem Hamburg-Abschnitt bekannte Segways noch einmal speziell für den Flughafen hergestellt. Elke achtet dabei auf jede Kleinigkeit wie diese Schutzbleche aus Alufolie, die später lackiert werden. Jetzt fehlen nur noch die kleinen Fahrer und Fahrerinnen. Auch der Flugzeugbau geht mit großen Schritten voran. Dabei hatte Sönke, einer unserer Flugzeugbauer, eine ganz verrückte Idee. Der Bau eines Spezialfliegers. Das Flugzeug soll in Zukunft unter dem Namen Love Air fliegen und mit einigen Überraschungen für Stimmung sorgen. Bis dahin stehen dem Flieger aber noch etliche Stunden in unserer Technikwerkstatt bevor. Bobby ist derzeit dabei, einen kleinen Park mit einer Skulpturenausstellung zu gestalten. Dafür werden hier schon die ersten Kunstwerke wie zum Beispiel Flamingos aus einer Hecke oder Buschresten entworfen. An der fertig modellierten Anlagenkante des Flughafens wird also schon voll auf Details gesetzt. Mit vielen Blumen und eigenen Ideen schafft Bobby hier einen grünbunten Kontrast zur großen Flughafenfläche. Judith hat einen kleinen Wasserkanal entworfen. Um das Wasser realistisch darzustellen, wird für die Umrundung des Flughafens ein spezielles Harz verwendet. Aber auch dieses verbreitet sich sehr schnell. Deswegen muss es absolut dicht sein, sonst haben wir nicht viel im Kanal und alles liegt unter der Anlage und gibt eine Riesenschweinerei. Deswegen bin ich hier fleißig am Spachteln und Schleifen und nochmal spachteln, damit ein kleines Loch nicht entstehen kann. Der Kanal wird hier nun vorgestrichen und anschließend mit diversen Farben lebendiger. Eventuell entstandene kleine Löcher können zur Not noch mit Farbe überdeckt werden. Vor über drei Monaten wurde Haiti von einem verheerenden Erdbeben getroffen. Unmittelbar nach den ersten Meldungen haben wir uns entschlossen, den Katastrophenopfern zu helfen. Gemeinsam mit der Aktion Deutschland hilft e.V. haben wir nach einer Einrichtung gesucht, die dringend Hilfe bedarf. So wurde in Port-au-Prince ein Krankenhaus ermittelt, welches nachhaltig Hilfe braucht. Dank der Anteilnahme unserer Mitarbeiter, den Unternehmen und natürlich der Besucher konnten wir den stattlichen Betrachten Höhe von 70.000 Euro sammeln. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich für Ihre Anteilnahme und die großzügigen Spenden bedanken. Neben einem Car-System-Lkw, einem Schiff, einem Berg und einem Flugzeug wurde auch diese Lok des Typs BR101 versteigert. Die Lok wurde von einer Dame ersteigert, welche diese nach ihren Wünschen von unseren Modellbauern gestalten und lackieren ließ. Die Lok sieht man bereits durch das Wunderland fahren. Den ehemaligen Klosterberg ersteigerte der FC St. Pauli Fanclub. Die Anhänger des Kiez-Clubs haben sich über das St. Pauli Forum organisiert und deutschlandweit Geld gesammelt. Verdientermaßen trägt der Berg nun den Namen Mount St. Pauli. Das war's auch schon wieder mit den Mivula News. Danke fürs Zusehen und bis bald.